Hallo, mein Name ist Simon und in diesem Video erkläre ich dir, wie du bei deinem Autoradio Bluetooth schnell und einfach nachrüsten kannst zum Musikstreaming oder als Freisprecheinrichtung das Ganze ohne dazu dein Radio ausbauen zu müssen. Los geht's! Alles was du dazu benötigst, ist ein solcher sogenannter FM-Transmitter. Den gibt es beispielsweise bei Amazon zu kaufen und im Prinzip ist das nichts anderes als ein kleiner Radiosender, also man kann sich mit dem Mobiltelefon mit diesem Gerät verbinden und der hat einen Radiosender eingebaut, der dann eben mit dem Autoradio empfangen werden kann. Also das wäre so die Idee dahinter. Der muss nicht mit dem Radio verbunden werden, es genügt ihn einfach in eine 12-Volt-Steckdose einzustecken, also der normale Zigarettenanzünder an Bord. Ich habe mir hier einen hierhin gebaut, einfach weil es praktischer ist, hier im Transporter und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also als erstes wird er einfach eingesteckt. So, dann wird die Zündung eingeschaltet, das Gerät startet, dann schalten wir den Radio ein. Und jetzt muss man einfach eine Frequenz suchen, die unbelegt ist, also wo nur weißes Rauschen zu hören ist. In meinem Fall ist das beispielsweise die 103,6 MHz. Man hört sehr gut, hier ist nur weißes Rauschen. Diese Frequenz muss dann am Transmitter zusätzlich eingestellt werden als Sendefrequenz. Dazu drückt man hier bei diesem Modell einfach lang auf den mittleren Knopf und wählt die entsprechende Frequenz aus, 103,6 MHz. Perfekt. Das Rauschen ist jetzt auch nicht mehr zu hören, weil wir hier jetzt das Signal empfangen vom Transmitter. Nun kann man sich eben mit dem Mobiltelefon verbinden, mit dem Gerät. Verbindung wird hergestellt. Verbunden. Perfekt. So, jetzt blinkt hier auch nichts mehr am Gerät, weil es verbunden ist. Und jetzt kann man ganz einfach beispielsweise auf Spotify gehen und etwas abspielen. Der Vorteil hier am Gerät ist, man kann auch direkt hier zwischen den Liedern hin und her springen. Also wenn ich hier drücke, springt es zum nächsten. Genauso gut kann man auch hier Play-Pause drücken, also einmal hier in der Mitte, dann hält das Lied an. Und wenn ich noch einmal drücke, geht es wieder los. Ein weiterer Vorteil ist auch die integrierte Freisprechanlage. Also wenn ich einen Anrufer halte, dann kann ich hier einfach wieder in die Mitte drauf drücken und dann nehme ich somit einen Anruf an. Hier ist ein eingebautes Mikrofon, über welches ich dann sprechen kann. So, jetzt als Beispiel. Jetzt erhalte ich gerade einen Anruf. Kann hier drauf drücken. Hallo Simon. Gut, vielen Dank, das läuft so. Und recht viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Also, wie gesagt, das Gerät kostet ca. 15 Euro auf Amazon. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, der ein solches altes Radiumauto noch verbaut hat, mit keiner Bluetooth-Funktion. So kann man das ganz einfach und schnell nachrüsten, mit wenig Aufwand. Kann ich wirklich auf ganzer Linie weiterempfehlen. Das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Falls es Fragen gibt, einfach unter die Kommentare schreiben. Ich werde sie gerne beantworten. Über ein Abo oder ein Like würde ich mich selbstverständlich freuen. Danke dir!